Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich fühle mich wie eine gesunde Frau. Nur mein Körper ist behindert. Wer glaubt, dass ein Leben für behinderte Menschen in Heimen besser ist als unter gesunden Menschen, ist selber behindert im Kopf. Musik Spannend ist, sehen wir, wo es hingeht, die Reise. Du und ich, fremd anders gleich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020